Die Woche bis zu den Schulferien war schneller vergangen, als Thomas gedacht hatte. Jetzt stand er zusammen mit dem Vater, Uwe und Leonie am Bahnsteig. Sie warteten auf den Zug, mit dem Gabi kommen sollte. Das war eine aufregende Sache. Je länger es dauerte, umso ungeduldiger wurden die Kinder. Der Vater versuchte sie abzulenken und erzählte Geschichten. Doch nach einiger Zeit fiel ihm nichts mehr ein. Zum Glück erschien da Jürgen, der Freund von Thomas am Bahnsteig. Sofort stellten sich die Birkenhof-Kinder zu Jürgen, der ihnen Neuigkeiten aus dem Dorf erzählte. Diese Verschnaufpause tat dem Vater gut. Die Kinder waren mit dem Austausch ihrer Neuigkeiten noch nicht fertig, da hörte man in der Ferne ein eigenartiges Hupen. Alle schwiegen und lauschten angestrengt. Jetzt war ein tiefes Brummen und Rattern zu hören. Ein wenig später tauchte der Schienenbus zwischen den Getreidefeldern auf. Schnell näherte er sich dem Bahnhof und hielt mit kreischenden Bremsen an. Viele Leute stiegen aus. Sie hatten in der Stadt gearbeitet oder dort eingekauft. Kinder waren nur wenige zu sehen. Unter ihnen war Gabi aber nicht zu finden. Was war geschehen? War sie trotz der Begleitung an einem verkehrten Bahnhof ausgestiegen? War sie inzwischen vielleicht krank geworden und erst gar nicht von zu Hause weggefahren? Viele Fragen gingen in diesem Augenblick durch die Köpfe der Birkenhofkinder und sie begannen ein wenig traurig zu werden. Da schallte ein lauter Schrei über den Bahnsteig. Leonie hatte ihre Cousine entdeckt. Gabi kam als Letzte aus dem Schienenbus gekrabbelt. Sie hatte Schwierigkeiten mit dem Koffer. Er war für sie offensichtlich zu schwer. Schnell eilte ihr der Onkel zu Hilfe. Da bist du ja, sagte er freundlich. Wir dachten schon, du wärst gar nicht in diesem Zug. Warte nur, ich hebe deinen Koffer aus dem Wagen heraus. Mit einem Ruck, als sei er nicht schwerer als eine Schultasche, fasste der Birkenhofbauer den Koffer und stellte ihn auf den Bahnsteig. Dann schüttelte er Gabi die Hand und lachte. So, jetzt kann die Rückfahrt zum Birkenhof beginnen. Da drehte sich Gabi erschrocken um und rief, Ach du liebe Zeit, mein Köfferchen! Was denn für ein Köfferchen? fragte Thomas. Drinnen, im Abteil, auf der Bank! stotterte Gabi aufgeregt. Mit zwei mächtigen Sätzen war Thomas im Wagen verschwunden. Gerade als sich der Schienenbus in Bewegung setzen wollte, erschien Thomas wieder in der Wagentür und sprang in hohem Bogen ab. In seiner rechten Hand hielt er ein rotes Köfferchen, das sehr flach war. Leonie fand den Koffer niedlich und fragte sich im Geheimen, Was wird denn wohl da drin sein? So, Kinder, jetzt lasst uns nach Hause fahren, sagte der Vater, während er Gabis Reisekoffer hochhob. Auf dem Weg zum Auto fiel den Kindern ein, dass sie vergessen hatten, den Besuch zu begrüßen. Das wurde nun schnell, aber herzlich nachgeholt. Als das Gepäck und die Kinder im Auto Platz gefunden hatten, setzte sich der Vater an Steuer und ließ den Motor an. Dann bog er mit einer geschickten Wendung aus der Parklücke heraus und die Fahrt begann. Sie mussten den ganzen Ort durchqueren, weil der Bahnhof am anderen Ende des Dorfes lag als der Birkenhof. Unterwegs tauschte Leonie einige Schulerlebnisse mit ihrer Cousine aus. Die Jungen sagten kein Wort, sie sahen Gabi nur an. Auf dem Birkenhof gab es eine herzliche Begrüßung. Als das Auto vor dem Wohnhaus anhielt, kamen die Mutter und die Großeltern heraus. Sie schüttelten Gabi kräftig die Hand und stellten allerhand Fragen. Man hatte sich fast ein Jahr lang nichts gesehen. Doch nach wenigen Augenblicken wurde es Gabi ein bisschen zu viel. Die lange Reise hatte sie angestrengt. Sie hätte jetzt gerne ein wenig Ruhe gehabt. Obwohl Gabi nichts sagte, merkte es die Birkenhofmutter und meinte, So, ihr beiden Mädchen, jetzt geht erst einmal auf euer Zimmer. Leonie, du kannst Gabi ja alles zeigen, nicht wahr? Als die Mädchen allein waren, ließ sich Gabi auf einen Stuhl fallen und atmete tief durch. Uff, sagte sie. Das tut gut. Dann sah sie sich um und fragte, Das ist also dein Zimmer, Leonie? In welchem Bett soll ich denn schlafen? Dort drüben in dem, das neben dem Fenster steht, erklärte Leonie. Gefällt es dir? Gabi erhob sich vom Stuhl und stellte sich dicht vor das Bett. Ja, nickte sie. Es gefällt mir sehr gut. Überhaupt, mir gefällt alles auf dem Birkenhof. Mir auch, pflichtete Leonie der Cousine bei. Ich möchte noch nicht einmal mitten im Dorf wohnen und in einer Stadt schon gar nicht. Wir brauchen hier nicht lange zu fragen, ob wir da oder dorthin treten dürfen. Um das Haus herum gehört alles uns. Außerdem haben wir die Blumenwiesen und den Wald direkt vor der Tür. Nein, ich möchte mit keinem tauschen. Ich fühle mich hier dem lieben Gott ganz nahe. Während Leonie begeistert erzählte, war Gabi an das offene Fenster getreten und sah hinaus. Leonie stellte sich neben die Cousine und erklärte, Siehst du, dort drüben, das ist unsere Scheune. Links davon sind die Ställe. Weiter hinten siehst du die Garage und die Maschinenhalle. Die Straße, die neben unserem Haus vorbeiführt, geht in den Wald. Der Wald ist ganz nahe, gleich hinter unserem Obstgarten. Ich möchte gern einmal auch die andere Seite des Hofes betrachten, sagte Gabi. Das können wir tun, entgegnete Leonie. Komm mit! Die Mädchen gingen auf den Flur und schauten vorn zum Fenster hinaus. Wie mächtig die drei Birken sind, staunte Gabi. Die sind bestimmt schon uralt. Bestimmt, antwortete Leonie. Nach ihnen wurde ja auch unser Hof benannt, sagt Großvater immer. Die Mädchen gingen wieder zurück in ihr Zimmer und traten erneut an das Fenster. Als sie einen Augenblick hinausgesehen hatten, kamen die drei Jungen über den Hof gelaufen. Wer ist denn eigentlich dieser fremde Junge? fragte Gabi und zeigte auf Jürgen. Das ist der Freund von Thomas. Er heißt Jürgen, erklärte Leonie. Sind sie schon lange zusammen? fragte Gabi weiter. Nein, sehr lange noch nicht, entgegnete Leonie. Erst ein paar Wochen. Wie kamen sie denn zusammen? forschte Gabi. Jürgen scheint doch ganz anders zu sein als Thomas. Ja, das stimmt, nickte Leonie und war erstaunt, dass die Cousine den Jungen so schnell durchschaut hatte. Deshalb fuhr sie weiter. Du scheinst ziemlich gut beobachten zu können. Jürgen ist tatsächlich sehr frech. Richtiger gesagt, er war sehr frech. Inzwischen ist es schon besser mit ihm geworden. Wie und weshalb er mit Thomas zusammenkam, das ist eine längere Geschichte. Inzwischen waren die Jungen vom Hof verschwunden. Gabi drehte sich zu Leonie und sagte, ich bin zwar sehr gespannt auf diese Geschichte, aber wenn sie sehr lang ist, dann erzähl sie ein anderes Mal. Ich möchte jetzt meinen Koffer auspacken. Gut, dann tu das. Ich werde schon nicht vergessen, dir diese Geschichte zu erzählen, versicherte Leonie. Währenddessen ging Gabi auf ihr Gepäck zu. Doch plötzlich blieb sie stehen und meinte, ach nein, das hat auch noch Zeit. Zeigt mir erst mal eure Tiere. Sie verließen das Zimmer und gingen auf den Hof. Als erstes steuerten sie auf den Pferdestall zu. Als sie hineinsahen, fanden sie Liesel und Hector, die beiden Pferde, gerade beim Fressen. Was? Ihr habt noch Pferde? Staunte Gabi. Ich dachte, ihr hättet einen Traktor, mit dem ihr die Äcker pflügt. Für was braucht ihr noch Pferde? Brauchen tun wir sie eigentlich nicht mehr, antwortete Leonie. Aber mein Vater kann sich nicht von ihnen trennen. Er sagt, solange ich Bauer auf dem Birkenhof bin, will ich Pferde haben. Ich finde das auch gut so. Eine Spazierfahrt mit dem Pferdewagen ist viel schöner als mit dem Auto. Ich finde Pferde auch sehr schön, pflichtete Gabi der Cousine bei. Dann liefen die Mädchen zum Kuhstall. Ach, meinte Gabi enttäuscht. Der ist ja leer. Die Kühe sind wohl auf der Weide? Ja, entgegnete Leonie. Aber ganz leer ist der Stall nicht. Gabi sah sich um. Sie konnte aber nichts entdecken. Wo soll denn noch etwas sein? Fragte sie. Leonie nahm sie bei der Hand und zog sie zu einem Holzverschlag in einer Ecke des Stalles. Hier angekommen, stellten sie sich auf die Zehenspitzen und sahen über die Bretterwand hinweg. Das sind unsere beiden Kälbchen, erklärte Leonie. Sie sind noch zu klein und können nicht mit auf die Weide. Erst wenn sie größer sind, schickt sie Vater mit hinaus. Ach, sehen die aber lieb aus, rief Gabi. Wenn ich zu ihnen könnte, würde ich sie gerne streicheln. Das kannst du. Komm her, sagte Leonie. Sie ging um die Ecke und öffnete die Tür zu dem Verschlag einen Spalt breit. Rasch schlüpften die Mädchen in den Kälberstall hinein. Zu Gabis Freude waren die Kälbchen nicht scheu. Sie kamen sofort angelaufen und ließen sich streicheln. Ach, sind die süß! Ach, sind die nett! rief Gabi immer wieder vor Entzücken. Sie haben auch Namen, erklärte Leonie. Das eine Kälbchen heißt Robert und das andere Alma. Die Alma hat einen rot-braunen Streifen auf der Stirn. Daran kann man die beiden am besten unterscheiden. Gabi hatte sich so sehr in die Kälbchen verliebt, dass sie sich nicht mehr von ihnen trennen wollte. Schließlich musste Leonie etwas heftig werden, um die Cousine von den Kälbchen weg und aus dem Kuhstall herauszubekommen. Während die Mädchen über den Hof zum Hühnerhaus gingen, machte Gabi ein nachdenkliches Gesicht. Dann kam es heraus, was sie beschäftigte. Ich finde es eigenartig, sagte sie. Dass kein Kälbchen dem anderen gleicht, jedes hat ein anderes Muster. Ja, meinte Leonie. Das wird noch interessanter, wenn du überlegst, dass es auf der Welt unwahrscheinlich viele Kühe gibt und keine Kuh ist wie die andere. Jede hat ihre Eigenheit und wenn es nur eine Kleinigkeit ist, dann kommen aber noch die anderen Tiere dazu und die Pflanzen und die Menschen, bei denen ist es genauso. Das kann man sich gar nicht richtig vorstellen, aber es ist so. Ja, überlegte Gabi. Da hast du recht. Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Woher kommt denn alles? Wer hat das denn gemacht? Hast du eine Erklärung dafür? Ja, aber diese Erklärung stammt nicht von mir, sondern von der Großmutter, sagte Leonie. Ich habe einmal so ähnlich gefragt wie du, da hat sie mir erzählt, alle Dinge sind dazu gemacht worden, dass wir ins Fragen kommen. So wie wir beide ja auch ins Fragen gekommen sind. Ja, das verstehe ich, nickte Gabi. Sie überlegte jedoch weiter. Wer hat diese Dinge aber gemacht? Es muss jemand gewesen sein, der viel Verstand hat, sonst hätte er sich nicht so viele und verschiedene Dinge ausdenken können. Ganz recht, bestätigte Leonie. Du und ich, wir hätten das nicht fertig gebracht. Ich denke, das kann überhaupt kein Mensch. Ach so, fiel Gabi der Cousine ins Wort. Dann weiß ich, wer das gemacht hat. Dann war es nur Gott. Genau, sagte Leonie. Großmutter erklärte mir auch, warum Gott das alles so gemacht hat. Wir sollen daran erkennen, wie groß er ist. Uns soll klar werden, dass er alles kann und weiß und wir ihm deshalb nichts vormachen können. Er möchte uns dazu bringen, dass wir ihm gehorchen. Gabi nickte, Gedanken versunken. Dann gingen die Mädchen zum Hühnerstall. Leonie holte etwas Futter und streute es den Hühnern hin, damit die Cousine sehen sollte, wie eifrig das Federvieh picken konnte. Gabi freute sich auch darüber. Plötzlich zuckte sie aber zusammen. In der Luft war ein eigenartiges Rauschen zu hören. Als sie hoch sah, entdeckte sie eine Menge großer Vögel, die ungestört herniederschwebten. Ja, ja, rief Leonie. So ist das immer. Wenn wir die Hühner füttern, sind auch die Tauben sofort da und futtern mit. Als sie dem lustigen Picken der Hühner und Tauben eine Weile zugesehen hatten, besuchten die Mädchen Bello, den Hofhund. Er lag vor seiner Hütte und schien zu träumen. Doch plötzlich sprang er auf und bellte laut, weil ihm Gabi fremd war. Sei ruhig, Bello, rief Leonie. Benimm dich anständig, das ist unser Besuch. Er wird einige Zeit auf dem Birkenhof bleiben. Er gehört also zu uns. Merk dir das. Bello wurde etwas ruhiger und kam auf die Mädchen zu. Dann schnüffelte er an Gabi herum. Ängstlich wich sie einige Schritte zurück. Ach, du brauchst keine Angst zu haben. Bello tut dir jetzt nichts. Er möchte dich nur kennenlernen, sagte Leonie beruhigend. So war es auch. Als Bello den Besuch von allen Seiten beschnuppert hatte, ging er wieder zu seiner Hütte und legte sich auf die Erde. Soll ich dir mal zeigen, wie folgsam Bello ist? fragte Leonie. Ja, entgegnete Gabi und war gespannt. Leonie suchte einen Stock und sagte, Bello, pass auf! Mit einem Ruck sprang der Hund hoch und sah das Mädchen unentwegt an. Dann warf Leonie den Stock weg und rief, Fass ihn, Bello, und bring ihn zurück! Wie ein geölter Blitz raste Bello los. Tatsächlich kam er mit dem Stock in seiner Schnauze zurück und legte ihn vor Leonie nieder. Das gefiel Gabi so gut, dass Leonie dieses Spiel einige Male wiederholen musste. Schließlich versuchte es auch Gabi. Da Bello auch ihr gehorchte, war sie sehr stolz und hatte nichts mehr gegen den Hofhund einzuwenden. So, meinte Leonie, jetzt zeige ich dir noch den Obstgarten. Sie führte die Cousine zu dem Birnbaum, unter dem sie vor einer Woche den jungen Gabis Brief vorgelesen hatte. Hier setzten sich die Mädchen ins Gras und erzählten sich einige Erlebnisse. In einer Pause sagte Leonie, ich möchte nur wissen, wo die Jungen jetzt stecken. Es ist nichts mehr zu hören und zu sehen von ihnen. Das können wir leicht ändern. Mir fällt da etwas ein. Warte hier im Garten einen Augenblick auf mich, sagte Gabi und rannte los. Kurze Zeit später kam sie zurück. In ihrer rechten Hand trug sie das flache rote Köfferchen. Da muss was ganz Besonderes drin sein, dachte Leonie und blickte neugierig. Vorsichtig öffnete Gabi das Köfferchen. Und was kam heraus? Eine Melodika. Ach du liebe Zeit, rief Leonie überrascht. Daran hätte ich nun wirklich nicht gedacht. Kannst du auch darauf spielen? Klar, erwiderte die Cousine. Papa hat mich's gelehrt. Schon begann sie auch mit einem Lied. Kommt ein Vogel geflogen, setzt sich nieder auf mein Fuß, hat ein Brieflein im Schnabel, von der Mama ein Gruß. Es klang sehr schön und Leonie war begeistert. Das ist einfach wunderbar, rief sie, als Gabi geendet hatte. Kannst du noch mehr spielen? Natürlich! antwortete Gabi und spielte weiter. Diesmal klang es durch den Garten. Weißt du, wie viel Sternlein stehen an dem blauen Himmelszelt? Weißt du, wie viel Wolken gehen weiten über alle Welt? Gott, der Herr hat sie gezählet, dass ihm auch nicht eines fehlt, an der ganzen großen Zahl, an der ganzen großen Zahl. Mit einem Mal sahen drei jungen Gesichter über den Gartenzaun. Als sie feststellten, wer da Musik machte, kamen die drei schnell in den Garten gesprungen. Brav setzten sie sich zu den Mädchen ins Gras und hörten zu. Als Gabi das Lied von den Sternlein zu Ende gespielt hatte, war auch die Geduld der Jungen zu Ende. Sie wollten kein neues Lied mehr hören, sondern selbst einmal spielen. Das war einfacher gesagt als getan. Anstatt Musik war zunächst einmal ein schönes Gezanke zu hören, weil jeder die Melodika zuerst haben wollte. Schließlich mischte sich Gabi ein. Sie ging zu Thomas, der gerade die Melodika hatte und sagte, gib sie her, ich möchte sie einpacken. Warum denn das? tat er unschuldig. Wir wollten doch darauf spielen. Ihr veranstaltet ein schönes Spiel, ich würde mich schämen, entgegnete Gabi vorwurfsvoll. Da muss man ja Angst haben, dass ihr die Melodika kaputt macht. Einigt euch, wer zuerst beginnen soll, dann könnt ihr die Melodika wieder haben. Traurig rückte Thomas das Musikinstrument heraus und schämte sich nun wirklich. Auch Jürgen und Uwe ließen beschämt ihre Köpfe sinken. Sie sahen ein, dass sie mit ihrem Gezahnke keinen guten Eindruck gemacht hatten. Ich mach euch einen Vorschlag, meldete sich da Leonie. Lasst doch den Ältesten von euch beginnen, ist das annehmbar? Die Jungen hoben langsam ihre Köpfe und sahen sich einen Augenblick schweigend an. Dann nickten sie wie auf Kommando und die Sache war bereinigt. Bald stand auch fest, dass Thomas der Älteste war. Stolz nahm er die Melodika und versuchte sein musikalisches Können. Doch anstatt Beifall erntete er ein lautes Gelächter. Er konnte zwar gut blasen, brachte aber kein Lied zusammen. Jürgen und Uwe erging es nicht anders. Ja, meinte Gabi, es sieht leichter aus, als es ist. Ich habe auch viel üben müssen, bis ich richtig spielen konnte. Jürgen ließ sich durch die Fehlschläge nicht entmutigen. Er holte sich immer wieder die Melodika und probierte darauf. Auf einmal brachte er den Anfang eines Liedes zustande. Ganz deutlich hörte man alle meine Entchen. So habe ich auch angefangen, bestätigte Gabi. Jetzt bekam auch Leonie Mut. Jetzt bekam auch Leonie Mut zum Üben, aber sie brachten nichts zusammen. Auch die erneuten Versuche von Thomas und Uwe blieben erfolglos. Nur Jürgen schien es begriffen zu haben. Ach, ich müsste auch eine Melodika haben, sagte er und betrachtete sich das Instrument von allen Seiten. Dann könnte ich bestimmt bald genauso gut spielen wie du, Gabi.